Du klatschst dir beim Lernen an die Stirn und sagst dir, warum bekomme ich diesen Müll nicht in meinen Schädel? Dann kommt dein Follower-Freund vorbei und sagt dir ganz schlau, hey, mit Bubberts wirst du hyperfokussiert. Schon mal vorab, es gibt tatsächliche Studien, die Erkenntnisse in Bezug auf ein konzentriertes Lernen zeigen. Allerdings, und jetzt aufgepasst, ist das von Person zu Person unterschiedlich. Denn die Auswirkung an sich hängt nur mal von verschiedenen Faktoren ab. So gibt es zum Beispiel verschiedene Strains, die eher bekannt dafür sind, Konzentration zu steigern, während es andere gibt, die einen eher hibberlich machen. Weswegen wir letztendlich sagen möchten, was du definitiv nicht machen solltest, ist deine potenzielle Konzentrationsfähigkeiten auf der Straße zu holen.